Um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern, brauchen wir langfristiges Denken, nachhaltige Lösungen und neue Technologien. Dafür steht auch DESY, eines der weltweit führenden Beschleunigerzentren. Hier suchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nach den kleinsten Materiebausteinen der Welt, entwickeln innovative Hightech-Werkstoffe und tragen mit ihrer Grundlagenforschung dazu bei, neues Wissen und neue Denkansätze zu schaffen. Für eine Vielzahl von Berufen bietet das Forschungszentrum attraktive Ausbildungsmöglichkeiten in einem spannenden und internationalen Umfeld. Um neue, gesellschaftsrelevante Technologien voranzutreiben und Innovationen zu fördern, kooperiert DESY mit Industrie und Wirtschaft. Dadurch gewinnen auch die Metropolregionen der beiden Standorte Hamburg und Zeuthen bei Berlin. DESY zählt heute zu den größten Wissenschaftseinrichtungen in Brandenburg und spielt eine führende Rolle im Bereich der Astro-Teilchenphysik. Hier bietet DESY die Möglichkeit für den Einstieg in die Berufe der Industriemechanik und Elektronik. Die Nähe zur Forschung und Entwicklung schafft eine spannende Ausbildung am Puls der Zeit. Ausgelernte DESY-Fachkräfte sind geschätzt und gefragt. DESY entwickelt und baut einzigartige Nachweisinstrumente und Beschleuniger für die Forschung. Vor diesem Hintergrund stehen auch in den Ausbildungswerkstätten Kreativität, Expertise und Qualität an erster Stelle. Die Auszubildenden arbeiten dabei mit hochwertigen Materialien und an modernsten Maschinen und Werkzeugen. DESY bietet optimale Ausbildungsbedingungen für talentierte junge Menschen, die die Zukunft mitgestalten wollen.